Dr. Prophet kommt in den nächsten Collector Talk. Außerdem kommt der nächste Mighty Drop mit Grooves vorbei. Wir schauen uns außerdem die aktuellen Daten zu Vivian an. Wie lief die D23 und wie war der Monat Juli. Und wir schauen uns natürlich auch alle bevorstehenden Marvel Comic Drops an. Das war noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja und zu Beginn des Videos muss ich ein ganz ganz großes Dankeschön sagen. Denn ja, heute Nacht mehr oder weniger um ich glaube 4 Uhr oder sowas war es soweit. Endlich habe ich die 1000 Abonnenten geschafft und ich möchte wirklich einen großen Dank sagen an jeden Einzelnen da draußen von euch, der mich hier auf dieser Reise unterstützt hat. Es ergänzend muss ich außerdem noch zu diesem Part ganz kurz sagen. Es gibt nämlich noch ein Giveaway, was ich jetzt gerade gelauncht habe. Ich habe mich dazu entschieden, einfach das Gesamte dann morgen im Livestream mit Dr. Prophet auszulosen. Deswegen hier ganz ganz wichtig, was müsst ihr machen. In diesem Fall müsst ihr auf Twitter gehen. Den Tweet dazu findet ihr unten. Ihr müsst mir auf YouTube folgen, auf Twitter den Tweet reposten und ein Comment sozusagen dalassen, was euer Lieblings Collectible ist bei Vivi. Und das Gesamte wird dann morgen um 21.30 Uhr deutscher Zeit live ausgelost. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Und dieses Comic hier gibt es zu gewinnen. Das ist eine Special Edition von Spider-Man, ein Stück 7 mit der First Appearance of Spider-Boy, der auf jeden Fall immer mehr auch an Popularität gewinnt. Und das ist außerdem hier eine 9.8, also der beste Grade eigentlich, den man so fast bekommen kann. Außer eine 10.0, aber das ist schon häufig sehr sehr selten. Dementsprechend, ich wünsche euch hier auf jeden Fall sehr sehr viel Glück und würde jetzt sagen, wir starten rein in das Video. Kommen wir zum nächsten sehr schönen Announcement und zwar Dr. Profit wird in dem nächsten Collector Talk und der ist auch schon morgen beziehungsweise Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit. Dort wird Dr. Profit bei uns im Collector Talk mit dabei sein. Zusammen natürlich wie immer mit Enrico und auch Chris werden wir hier natürlich auch mit Dr. Profit sehr viel über Stacker reden. Das ist momentan ja im Prinzip so das aktuellste Ding und ihr könnt natürlich auch sehr gerne im Chat ihm Fragen stellen, deswegen kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. 20 Uhr Mittwoch, ich freue mich auf euch. Bleiben wir direkt noch mal ganz kurz beim Dr. Profit beziehungsweise Stacker, denn hier hat er nämlich was sehr sehr cooles getweetet, was ich persönlich auf jeden Fall sehr sehr supporte. Denn man wird hier auch die Möglichkeit haben, seinen Wallet Key zu exportieren und wie er hier auch schreibt, your keys, your crypto. Deswegen auf jeden Fall auch ganz ganz interessant, was hier momentan mit Stacker passiert. Deswegen umso spannender eigentlich morgen dieser Livestream mit ihm, denn dort werden wir natürlich wie gesagt auch viel über Stacker sprechen, über die Zukunft, Möglichkeiten und vielleicht auch Ideen. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Kommen wir als nächstes zu den aktuellen Daten beziehungsweise starten wir mit dem aktuellsten Event, was jetzt hier gerade zurückliegt und zwar der D23 und dort würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die neuen Active User an. Denn das sind wahrscheinlich die Zahlen, die ihr wahrscheinlich am spannendsten findet. Hier hatten wir tatsächlich auch, wie man sieht, einen schönen Peak. Wir hatten hier am Freitag insgesamt knapp 50 neue aktive User, was man ganz klar sagen muss. Hier auch wieder neue aktive User werden nur gezählt, die wirklich auch eine Transaktion tätigen. Die Leute, die sich einfach nur anmelden, werden hier nicht als User wahrgenommen. Dementsprechend muss man das ja auch ganz klar kommunizieren mit euch natürlich, die es nicht wissen vielleicht. Wir hatten hier insgesamt ja knapp 100 Leute, die sich auf jeden Fall am Freitag und Samstag angemeldet haben. Von den anderen Tagen haben wir tatsächlich jetzt hier an dieser Stelle keine Daten. Wir haben jetzt heute Dienstag, den 13. und ja, die letzten Daten haben wir hier vom Samstag. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen Luft, was die Daten angeht. Deswegen, wer weiß, was hier die Zahlen sind. Ich gehe aber davon aus, dass so wahrscheinlich rund 150 Leute hier insgesamt sich die App über die D23 dann gedownloadet haben und auf jeden Fall hier auch dann ein Gift bekommen haben. Natürlich sind das jetzt nicht die Zahlen, die wir uns alle hoffen mit tausenden Usern, die irgendwie dazukommen. Ich finde, es ist aber dennoch auf jeden Fall ein guter Anfang. Es ist eine neue Messe, die Leute kennen Vivi dort noch nicht. Und wie es halt auch auf der New York Comic Con beispielsweise ist, beziehungsweise auf anderen Cons, die Leute müssen halt auch erstmal Vivi ein paar Mal sehen, bevor sie dann sagen, hey, die sind ja immer noch da, was machen die denn mit Marvel oder Disney zusammen und kommen dann vielleicht mal auf das Projekt zu und schauen sich das Gesamte nochmal genauer an. Deswegen, ich persönlich bin da relativ entspannt. Und 150 neue Leute werden auf jeden Fall schon relativ okay. Und bleiben wir ganz kurz beim Vivi X Tracker, beziehungsweise der Vivi Fox, denn die postet ja auch immer ein monatliches Update. Und ich muss wirklich sagen, abonniert bitte diesen Newsletter, wenn euch das interessiert. Denn das muss ich wirklich sagen, es wird einer der wertvollsten Newsletter, die ich bisher abonniert habe in meinem Leben. Denn sie fasst hier wirklich alles super zusammen. Wir sehen hier erstmal, wie viele Active Users hatten wir in diesem Monat. Wir hatten insgesamt knapp 11.500 Leute, 12% mehr als im letzten Monat, wie man hier auch nochmal sieht. Wir hatten insgesamt New Active Wallets. Ja, sind wir hier weiter auf einem Downtrend. 178 im Juli. Und insgesamt dementsprechend minus 20% New Active Wallets. Im Vergleich zum Vormonat, wir haben hier die Market Activity, die wir uns einsehen können. Insgesamt 95.000 Trades hatten wir alleine im letzten Monat und sind damit hier wieder auch auf jeden Fall besser als im Juni. Und dann kommen wir hier unten im Prinzip nochmal zum Vivi Store selbst. Wir hatten 25 Drops. Wir sehen, wie viele Minzes waren und wie viele Token issued. Und was ich persönlich auch nochmal sehr, sehr spannend finde, die Netto-Akkumulation, die stattgefunden hat über den Monat Juni. Hier haben wir eine Netto-Akkumulation von 8,4 Collectibles, was 58,7% mehr ist auf jeden Fall als im letzten Monat, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut ist. Wir sehen hier auch bei der Netto-Average Accumulation. Wir hatten mit diesem Monat Juli wirklich einen sehr, sehr starken Monat. Knapp hier dran an dem März 2024 und auf jeden Fall deutlich besser als das letzte Jahr, wo wir gerade mal bei einem Average von 4,7 Collectibles waren. Außerdem können wir hier unten noch das Engagement sehen. Momentan haben wir hier eine Churn-Rate von 36%. Das heißt, wie viele Leute, nachdem sie sich angemeldet haben, wieder churnen. Und hier haben wir minus 23%. Das heißt, im Juli sind auf jeden Fall deutlich, das heißt, im Juli sind 23% weniger Leute, die dazugekommen sind, auch wieder gechurnt, beziehungsweise haben die App wieder verlassen, was auf jeden Fall auch sehr gute Zahlen sind. Ansonsten, wie gesagt, subscribt auf jeden Fall sehr gerne diesen Newsletter. Ich finde ihn immer wieder sehr, sehr informativ und sehr hilfreich. Ich werde euch auf jeden Fall unten den Link dazu in die Beschreibung packen. Schauen wir uns Bitforex an. Dazu gibt es auch ein kurzes Update. Hier gab es tatsächlich auch schon erste Leute, die ihre Transaktionen durchbekommen haben und dementsprechend ihr Geld wieder gesichert haben. Deswegen, falls ihr dort noch Geld habt, probiert das auf jeden Fall aus. Da stellt es möglich, euer Geld runter zu bekommen. Und schreibt mir gerne auch unten die Kommentare, falls ihr das sogar schon vielleicht geschafft habt. Schauen wir uns nun den nächsten Marvel Comic Job an und zwar nämlich New X-Men Hashtag 114 aus dem Jahr 2001. Das Gesamte hier am 15. August, das heißt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Wir werden natürlich wie immer hier fünf Cover sehen, so wie immer. Und wir werden natürlich auch hier einen Listenpreis von 7 Dollar sehen. Unter anderem auch hier ganz neu eine Editionzahl nur noch von 3000 Stück. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt hier die neue Standard Edition Size wird für die Comics. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir hier noch die First Appearance of Cassandra Nova mit dabei. Außerdem würde ich sagen, schauen wir uns natürlich wie immer hier auch die Go-Collect-Daten an. Diese sehen wie immer bei solchen Comics eigentlich ziemlich unspektakulär aus. Eine 9.8 gerade mal für 110 Dollar. Und daher für mich persönlich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Kommen wir zum nächsten Collectible, was wir sehen werden. Und zwar nämlich von Pixar. Und zwar sehen wir nämlich hier das Up-Diorama. Und das ist tatsächlich auch hier ganz interessant. Wir sehen ja hier gerade von Disney relativ viel so in Richtung Accessories. Und das ist schon ziemlich spannend. Ich bin sehr, sehr gehypt darauf, was zum Beispiel in Richtung Star Wars kommen wird. Auf jeden Fall hier Paradise Falls als Rare sogar noch animiert. Hier mit dem Wasserfall finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Das Gesamte hier mit einem Listenpreis von 20 Dollar. Auch völlig in Ordnung preislich. Und eine Editionzahl von 1420 Stück. Natürlich eine First Edition. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee, solche Sachen jetzt auch mit reinzubringen. Denn man merkt dadurch, es geht auf jeden Fall in eine sehr interessante Richtung, was so das Thema Sammeln angeht. Dass man diese Sachen dann auch platzieren kann und so weiter. Und einfach, ja, so ein bisschen seine eigene Welt sich bauen kann. Finde ich persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Richtung. Und ja, eben war ich schon mit dem Video fertig. Da kam natürlich noch die Ankündigung mit Gru. Deswegen nicht wundern, falls das hier nicht so ganz ins Setting passt. Wir sehen jetzt am 18. August um 17. In deutscher Zeit eine weitere Mighty Groot Series. Und die finde ich wirklich äußerst witzig, muss ich sagen. Ich finde die sehr, sehr knuffig auf jeden Fall hier. Wir haben hier insgesamt auf jeden Fall einige Collectibles. Angefangen hier mit dem Groot Tor. Als Common Listenpreis wird hier wie immer 15 Gems sein. Inzwischen seit 3888 Stück. Das wird natürlich keine First Appearance sein, da wir Groot schon als Collectibles haben. Als nächstes haben wir dann hier Captain America als Groot. Auch 3888 Editions. Als nächstes haben wir dann hier den Groot Black Panther. Finde ich auch äußerst witzig irgendwie gemacht. 777 Editions. Dann haben wir noch Groot Captain Marvel. Den finde ich persönlich zum Beispiel ziemlich cool. 188 Editions als Secret Rare. Und wir haben hier noch einmal, und das finde ich auch sehr nice, wieder ein Craft mit dabei. Bei den Groot Spider-Man als Craft hier mit 1222 Editions. Das Gesamte wird hier möglich sein zu craften, indem man hier zwei Commons hält. Da ist es unabhängig davon, ob ihr jetzt die erste oder die zweite Common haltet. Egal. Ihr müsst im Prinzip einfach nur insgesamt zwei Commons halten. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das Gesamte eine Stunde später, das heißt um 18 Uhr deutscher Zeit, zu craften. Das Gesamte wird hier bis zum 1. September dann offen sein zu craften. Ich gehe aber davon sehr stark aus, dass es tatsächlich schon davor hier alles gecraftet sein wird. Bei 1220 Editions ist das, ja, glaube ich, relativ schnell verkraftet alles. Ich wünsche euch auf jeden Fall hier viel Glück. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr diesen Job mitnehmt oder nicht. Kommen wir noch zum heutigen Comic-Job. Diesen wollte ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz mit euch besprochen haben, um euch zu zeigen, wie relevant dieser Job eigentlich ist. Wir haben die First Appearance of Venomverse mit dabei. Wir haben diesen Job heute um 17 Uhr deutscher Zeit bekommen. Und wir haben natürlich wie immer hier auch fünf Cover bekommen, so wie immer. Natürlich geht hier alles um Venom. Dass sich um Venomverse handelt, ist, glaube ich, logisch. Auf jeden Fall haben wir hier einen Listenpreis von 7 Dollar und eine Edition-Size von 5.000 Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns natürlich auch wie immer hier die Go-Collect-Daten direkt dazu an. Das Gesamte hier bei einer 9.8-Garten war bei 48 Dollar. Das ist nicht allzu viel. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist halt ein sehr, sehr neues Comic. Und dementsprechend, ja, kann man da noch nicht allzu viel erwarten. Wenn das natürlich mit dem Venomverse nochmal relevanter werden sollte, kann das natürlich interessant werden. Ja, aber da muss man halt sagen, das ist reine Spekulation. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, dir da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und nun wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen. Mit der guten Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.